Wird's Zeit zu regeln, Junge? Ja, ja, genau. Regeln ist die beste Medizin, ja? Eigentlich hab ich gar keinen Bock auf Tussis, aber ich hoffe, dass die entweder... Ich denk mir halt, wenn ich mit Tussis so abhänge, entweder ich krieg... ...oder ich kann's aufnehmen. Oder die lassen einen springen, für was zu saufen. As much damage as possible. Was geht bei denen, ja? Shit! Oh mein Gott, wie der mich guldtittert! Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Ich... Zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt? Boah, Alter. Alter. Das war brutal, Alter. Okay, jetzt schnapp ihn dir. Ich hab ihn rausgelockt. Jetzt ist er in der Falle. Trapped forever. Zack! Bäm! Der wollte uns noch sprengen. Haha! Noob! Vergiftet sein ist scheiße. You don't say. Können wir mal kurz drüber reden, dass der einfach so einen Ninja-Dolch an seinem Zopf hat? Hat er so einen Hoh? Ja! Oh ja! Deswegen macht er auch so viel Schaden, wenn er sich so dreht. Wegen seinem Zopf? Ja, Mann! Da kriegen die Leute zweimal auf die Fresse. Warum hat er denn einfach die fetteste Perlenkette der Welt? Alter, das sind seine Ork-Digger. Ich mein, der läuft auf kleinen Tischen. Der läuft auf kleinen Tischen. Was machst du eigentlich, wenn du keine Lust auf Essen hast? Ich verstehe die Frage nicht. Apropos, ich hol mir... Ich hab Nullsalat gemacht. Für bis zu drei Personen. Und ich so... Boah, haha, ich war wrong. Fick die... Scheiße. Shit, ich brauche Heilung. Also ich bin schon fünfmal gestorben. Das war meine Fresse. Dem Tod viermal ent... Das hatte ich auch noch nicht. Draufgänger. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das ist so ein Trostpflaster, damit einer aus dem Team irgendwas bekommt. So, ja, ihr wart auch dabei. Teilnehmer-Urkunde. Teilnehmer-Urkunde.